Das Casa Museo Abarges steht in der Desamparatsstraße, einem weiteren historisch bedeutenden Ort in Benissa. Hierbei handelt es sich um eine enge Straße mit gepflasterten Bürgersteigen und zahlreichen sowie ausgezeichneten Herrenhäusern. Große und lange Balkone mit Gitterfenstern, Fassaden mit Portalen und Wappen bieten dem Besucher die Darstellung der mächtigsten Familien Benissas der letzten drei Jahrhunderte. Die Häuser der Piera Torres, Torres Ordunia und auch der Baidal Ifiliu sind überzeugende Beispiele adeliger Familiennamen und ihrer wirtschaftlichen Macht. Auf mittlerer Höhe der Straße steht das Casa Abarges Haus, das heute ein Museum ist. Es wurde im 16. Jahrhundert erbaut und später restauriert. Auf seiner Fassade ist eine getreue Wiedergabe des Originalwappens der Familie mit den beiden Espadrilles. Eine Art Hanfschuhe erhalten, die der Saga ihren Namen verliehen haben. In seinem Inneren führt das Haus auf eine Reise durch die Zeit. Große Gemeinschaftsräume auf verschiedenen Etagen, auf denen auch Privatsäle, Zimmer, Küchen, Speisesäle, große Treppenhäuser, Ställe, Räume des Dienstpersonals und die Privatkapelle der Familie zu sehen sind. Viele der Originalmöbel, vor allem aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts, wie auch interessante Details in vielen Winkeln sind erhalten geblieben. Das Casa Abarges Haus ist ein getreues Abbild, an dem man die Lebensweise wie auch die sozialen und alltäglichen Besorgnisse der adligen Familien in Benissa erfahren kann. Untertitelung des ZDF, 2020